Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Lernvideo von Plakus. In diesem Lernvideo erfährst du, wie du dich auf das Polizeiauswahlverfahren in Berlin optimal vorbereitest. Fangen wir also an. Das Auswahlverfahren der Polizei Berlin wird an zwei Prüfungstagen durchgeführt. Dich erwartet am ersten Prüfungstag ein computergestützter Test und ein Sporttest. Nach bestandenen Auswahltests erfolgt das strukturierte Interview und die polizeiärztliche Untersuchung in Berlin zu einem gesonderten Termin. Eine Besonderheit der Polizei Berlin ist der Vortest, den du bereits vor dem eigentlichen Auswahlverfahren ablegst. Dieses Ergebnis schließt nicht in die Bewertung ein. Jedoch musst du ein Mindestergebnis erreichen, um zum Einstellungstest eingeladen zu werden. Der PC-Test besteht aus vier Teilen. Beim Intelligenz- und Persönlichkeitsstrukturtest werden dein Urteilsvermögen, deine Zuverlässigkeit und die psychische Belastbarkeit getestet. Außerdem wirst du nach deiner Leistungsmotivation gefragt. Der Sprachtest überprüft deine Fremdsprachenkenntnisse. Du kannst aus verschiedenen Sprachen wählen und musst dann diverse Übersetzungen und Verständnisaufgaben lösen. Der Deutsch-Test überprüft deine Deutschkenntnisse, Rechtschreibung und Grammatik mit Hilfe von Diktaten, Lückentexten und Multipli-Choice-Aufgaben. Im Testteil Politik und Gesellschaft werden abschließend deine Kenntnisse hinsichtlich Allgemeinbildung und interkulturellem Wissen gefragt. Du erfährst dein Ergebnis des Computertests direkt im Anschluss. Bestehst du nicht, ist das Auswahlverfahren an dieser Stelle für dich beendet. Tipp von mir, Mathis sei kein ausdrücklicher Testteil bei der Polizei Berlin, jedoch solltest du auf Nummer sicher gehen und deine Kenntnisse ebenso auffrischen. Die Sportprüfung der Polizei Berlin umfasst zwei Disziplinen, Hindernisparcours und 2000-Meter-Lauf. Beim Hindernisparcours musst du die Stationen querfährt, parallelbaren, Stufenbahn, Bodenmatten, Bock und Holzwand so schnell wie möglich überwinden. Beim 2000-Meter-Lauf geht es um Ausdauer und Geschwindigkeit, denn du musst die Strecke in einer bestimmten Zeit schaffen und möglichst als Erster oder Erste die Ziellinie überqueren. Erbringst du hier die Mindestleistung nicht, ist das Auswahlverfahren an dieser Stelle ebenfalls für dich beendet. Wenn du bestanden hast, wirst du in der Rangliste eingeteilt und bekommst bald die Einladung zum zweiten Prüfungstag. Außerdem musst du im Vorfeld mit deiner Bewerbung einen Schwimmleistungsnachweis einreichen. Tipp von mir, beginne bereits sechs Wochen vor dem Einstellungstest mit Konditionstraining und Ausdauersport, um am Auswahltag auf Nummer sicher zu gehen. Das Einzelinterview der Polizei Berlin findet am zweiten Prüfungstag statt. Das strukturierte Interview soll der Polizei einen Einblick in deine Sozialkompetenz, Belastbarkeit, Leistungsmotivation und Persönlichkeit geben. Der Bewerber darf sich hier kurz vorstellen und muss ein paar Fragen zu sich und seiner Selbstpräsentation beantworten. Es wird auch gefragt, ob und wann man bestimmte Situationen schon einmal erlebt hat und wie man damit umgegangen ist. Auch eine Gruppendiskussion ist Bestandteil des mündlichen Prüfungsteils. Hier beweist du im Gespräch mit Mitbewerbern, wie gut du deine Meinung vertreten kannst und wie kooperativ du bist. Noch ein Tipp von mir, nicht nur deine Antworten zählen, achte auch auf deine Ausdrucksweise und dein Auftreten. Die polizeiärztliche Untersuchung der Polizei Berlin dient der Ermittlung deiner Polizeitauglichkeit. Die Untersuchung umfasst unter anderem eine körperliche Untersuchung, Urin- und Blutuntersuchung sowie Belastungs-EKG. Wenn du am zweiten Prüfungstag das Einzelinterview und die polizeiärztliche Untersuchung erfolgreich bestanden hast, bekommst du entweder eine direkte Zusage oder du wirst in einer Rangliste eingeordnet. Wir hoffen, dir einen guten Überblick zum Auswahlverfahren bei der Polizei Berlin gegeben zu haben. Um das Auswahlverfahren zu bestehen, solltest du dich in jedem Fall gut darauf vorbereiten. Unten haben wir dir passende Lernmaterialien bestehend aus Kursen, Apps und Büchern verlinkt. Schreibe uns gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere Fragen zum Einstellungstest hast. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakos-Team. Schreibe uns gerne in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat,